Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich will hier auch nicht freiwillig lange bleiben. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, das ist mehr als es so ist. Ich glaube, das ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ich glaube, dieses Foto ist mehr als es so ist. Ja! 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 hier kein strom und moment raus den generator anwerfen oh baby Gute hier, ne? Gute hier, ne? Nein! Das ist die Mücken da. so jetzt müsst ihr das tastenfeld gehen eine ratte in die wand reingelaufen du hast ja immer noch kein strom da müssen wir jetzt mal das mit dem loch ein tacker den brauchen wir wahrscheinlich irgendetwas zusammen tackern dann gehen wir jetzt mal gucken ob wir die eine tüle zu öffnen können so muss licht abmachen wir brauchen die wir brauchen die Untertitelung. BR 2018 ich nehme Strom wir können Lichtschalter hier um es irgendwo angehen die ganze Kacke hier 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 Wow. Ja, irgendwie kann ich hier nichts machen, aber da komme ich ja nicht rein. Klar solltest du das versuchen. Oh. Aha. Was ist denn das Vieh? Da ist doch scheiße. Ach komm schon, ich will das jetzt entspannt durchspielen. Ach komm schon, ich will das jetzt entspannt durchspielen. Weil wir wollen uns jetzt durchspielen. Jawohl, dann müssen wir noch weiter so spielen. Komm mal rein, soll ich so eine Pussy? Was ist denn hier? Komm mal. Was ist denn da oben? Wo ist das hier oben? Wo ist das hier oben? Aber ich hatte ja nichts mehr gehabt. Was ist denn da oben? Das werden wir kreisen. Jetzt müssen wir ja Strom haben, oder? So, den Code wissen wir doch. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Dr. Beren is pressed to go. This could be useful. Today's session with Ariadne was, by far, the most productive to date. Not because of the conversation we had, for her mind continues to adhere to the usual extravagant patterns. But because today she asked to get her things back, which led me to a surprising discovery. Down in the storage room, I was convinced I would not find any of the belongings taken from her when she was admitted. But there was nothing further from the truth. There was a diary and a music box. After handing the box to Ariadne, I quickly browsed through the diary, which apparently belonged to her father. And that's where it gets interesting. After years of researching paranormal phenomena, Argus Legrant's investigation led him to the Abbey of St. Cecilia, where a cursed concert had supposedly taken place. After spending a considerable amount of money, he got his hands on the only remaining sheet music from the concert and convinced an acclaimed musician to play the music one more time. The new cursed concert would take place on a steamer that would sail down the Rhine a few weeks later, and both Legrant and his assistants would be there to contemplate the true effects of the song. After the concert, the tycoon wrote the following in his diary. Those ignorant, illiterate fools. I can only laugh at their curse and their stupidity. The only misfortune that damn song has brought is a hole in my bank account. Alas, at least I take the melody with me. I will have it recorded and play it each day for my family. Ha! Those drunk, lazy bastards. Their misfortune was caused by their own stupidity and bad blood. Wanting to put the blame on a song is yet another sample of their total lack of culture. Argus Legrant never knew that the steamer suffered a strange accident, just hours after he got off, that killed everyone on board. And yet his thoughts on the melody eventually changed. They did indeed change. Shit! What did that bastard do? He condemned himself and how many others? He condemned himself and how many others? I did not know. I did not expect that. I did not expect that. It is impossible to do and how many others are. I did not expect that. Irgendwas hier vergessen, ey, ne? Ich glaube nicht. Der Film ist da drunter stecken vielleicht? Nein, den sehe ich nicht. Oh, hier gehts hoch. Dann gehen wir erstmal. Erstmal da rein. Jo, morgen kann der den Schrank nicht öffnen. Ja, mit Sicherheit gibt es eine Rolle im Schrank. Dafür müssen wir den Schrank öffnen. Ich rühre übernten Sie. Ich rühre überhören. würde ich sagen. Ich rege von mir. Da hin, da hin. Nein! Hier noch nichts! Dann gehen wir wieder raus! Nach oben! Nein! Mm-mm. Mm-mm. Mm-hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde nie leben, um die Geschichte zu erzählen. Ich habe es geschafft. Ja. Ja. No way. No way. No way. Ich lasse sich kaputt aus. Überall kann man irgendwas machen, aber überall fehlt was. Nein. Ah! Daniel hat es nicht geschafft. Auf ein neues! Hey! Aber jetzt wissen wir ja was Sache ist. Husha died in there. Entschluss. Husha. 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 Hier können wir uns verstecken. Hier gehen wir jetzt rein. Und jetzt gehen wir... Lassen wir ein KW das Blut ab. Was ist denn hier? Gehen wir hier rein? Ja, siehst du. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Lager. Lager. Ereignet hat. Aha. Dann muss ich doch so. Warte, warte. Mehr ist hier nicht. Niemand hier. Warte, warte. Warte, warte. Oh. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! So, jetzt kommen wir mit der Kombinier. Wo ist sie? Ist sie hier jetzt? Wir gehen hier. Ja, mach auf. So. Da muss man gleich kurz eine Pipipause machen. Da ... isso worked. Nice. I-I-I. I-I. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann es nicht glauben, Eben. Daniel war nicht exageratet. Das ist viel schlimmer als ich mir gedacht habe. Ich habe mich nicht gesehen, ich habe sie gesehen. Aber hier haben wir noch einen Blatt, hier haben wir noch einen Blatt. Wir haben hier noch einladen. Ich meine. Hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh my God! What the hell did I just play? These notes. I felt something indescribable. Terrifying. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Oh! Looks like two of the hospital patients shared a little secret. I don't know how to write a letter. Oh! How long? Let me see the notes. Oh-oh! Oh! 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 Dann bestimmt die Filmrollen aufmachen, den Schrank mit den Filmrollen, so. Oh. 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 I wonder if this projector still works. We'll soon find out. Hi Ariadne. How are you? Do you feel like talking today? Hmm. You know, I think you're right. But I don't see things like you do. If you don't feel like talking, you can draw. Whatever comes to you first. Turn off the light. Who doesn't like the light? The light? Who doesn't like the light? Who is that old lady? It's me. We can listen to your box if you want. Sometimes I hear you playing it when I pass by your room. No. No, you don't hear them. You don't see it or understand it. What don't I see? Tell me how to understand you, Ariadne. Sleep. Like me. In my bed. You want me to sleep with you? It's... It's normal not to want to sleep alone. Sometimes I get scared at night. It's not here. At home. Daddy. Mummy. And Elaine sleep there. And they understand. Sorry? You mean you want me to sleep at your house? Yes. Sleep there. And listen to this song. And then you'll talk to me. Oh, who's this gentleman? Is it your daddy? No. It's Mr. Neuer. Wait, 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 wait. What did she say? Mr. Neuer? Daniel? How is that even possible? That recording is almost 80 years old. All right. See you next time. I can't wait. I can't wait. Do you see this... Do you see this? When he comes here... To be continued. Where'd she leave her? Yes! ... 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 Oh. 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 Was? 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 Nicht so. Ja. Nicht so. Nicht so. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I can't have seen what I just saw. 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 I can't have seen what I 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 saw. gost and trust from an old mattress forced from an old mattress and lie on it, without even taking my clothes off . . . Since I don't really think I will get much sleep in this place. The silence here is oppressive . . . Almost . . . Solid . . . Said from the still hung of . . . Am I dreaming? What? What is this place? Hocus Legrant. Why am I seeing him? Why am I seeing him? Ah! Wake up. It's...it...it's me. Ganz schön dunkel, ey. Sieht gar nix. It's the same room, and yet it's not. It's the same room, and yet it's not. It's the same room. 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 What does this mean? It's the same room. 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 Oh Gott, wo bin ich denn? Wer ist dieser Person? Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn nicht 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 gesehen. Ich habe ihn 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 gesehen. Oh, ich bin fertig mit dem Spiel.